Musik Ich zeichne gerne Manga. Es macht mir Spaß. Aber ich möchte echt mal besser werden. Ausdessen und einfach mal besser werden. Tja, es gibt viele Manga-Wettbewerbe. Klar. Für die meisten? Hm, wohne ich aber zu weit weg. Du willst Manga zeichnen? Dich mit anderen messen und dazu tolle Preise gewinnen? Dann mach jetzt bei unserem Manga-Wettbewerb mit. Zu gewinnen ist aber noch nicht alles. Die besten Beiträge erscheinen in einem Sammelband. Gesponsert von Tokyopop. Also mach mit beim Sammer Manga Tournament. Am 26. Juli erscheint das Startvideo mit allen wichtigen Infos. Also schalte ein hier auf deiner Comic-Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017